Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade mega gut gelaunt. Warum? Kann ich euch nicht voneinander erzählen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt Kerzen ziehen und ich bin etwas heiser, aber trotzdem gut gelaunt. Und wir gehen jetzt Kerzen ziehen. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob ich es ausgelöst habe. Wir gehen jetzt zum Sonnenuntergang in Olz und das finden wir cool, denn wir sind... Ähm, was sind wir? Ähm, I don't know. Ich hab das Gefühl, die Sonne geht gar nicht gut. Ich hab das Gefühl, die Sonne geht gar nicht gut. Musik Musik